Rettungsschwimmer Rico Rau muss an einem Nachmittag im Sommer 2013 selbst gerettet werden. Er springt von diesem Fünf-Meter-Turm mit dem Kopf voran neben das Kissen auf ein Verankerungsseil. Er hört es krachen, dann spürt er nichts mehr. Ja und dann trieb ich einfach so im Wasser, ringsrum war alles rot vor Blut. Und trieb dann auf an die Wasseroberfläche, versucht er dort einfach Luft zu holen, so ein normaler Überlebens-Trieb. Seine Kollegen holen ihn aus dem Wasser. Er wird per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Seine Situation ist lebensbedrohlich. Rico Rau kann sich kaum noch bewegen. Der gelernte Krankenpfleger ahnt, die Wirbelsäule ist gebrochen. Die ersten Gedanken waren, um Gottes Willen, jetzt hat es dich erwischt. Was wird mit deiner Familie, ein kleines Kind von fünf Monaten zu Hause, was wird mit deiner Frau, wirst ein Pflegefall sein? Rico Rau wird künstlich ins Koma versetzt. Seine Frau Felicitas erfährt das Ausmaß der Rückenverletzung schließlich im Krankenhaus. Die Wirbelsäule ist vierfach gebrochen und gestaucht, teilweise zertrümmert. Ein Wirbel musste entfernt werden, Stahlplatten wurden eingesetzt. Ihr Mann wird wohl querschnittsgelähmt bleiben. Doch das kann sie nicht glauben. Das Verrückte ist, dass ich nie Sorgen hatte, dass er wirklich auf Hals querschnittsgelähmt sein wird. Sondern Gott hat mir halt wirklich Frieden geschenkt und ich wusste einfach, der wird wieder. Das war was, woran ich nicht rütteln musste. Ich konnte das auch Außenstehenden nicht erklären, woher ich das weiß oder warum ich mir sicher bin. Sondern dieses Wissen, diese Zufriedenheit hatte ich einfach gehabt. Nach zwei Wochen wird Rico Rau aus dem künstlichen Koma geholt. Er kann die Arme und Beine tatsächlich nicht mehr bewegen. Nur die Füße kann er noch ein kleines bisschen spüren. Ich lag in dem Krankenbett und habe mir gedacht, warum ich, warum, was soll das alles? Die Familie ist da, ein kleines Kind, was ich wahrscheinlich nie wieder auf der Rutsche auffangen kann. Oder mal an der Schaukel anstupsen oder ähnliches. Immer nur im Rollstuhl sitzen, was ist das für ein Leben? Und habe dann auch mit meinem Glauben gehadert, mit Gott gehadert. Und habe wirklich gesagt, zeig mir jetzt, was das hier soll, ansonsten ist Schluss mit uns. Seine Frau Felicitas dagegen setzt von Anfang an auf Gott. Sie lädt Familie, Freunde und Bekannte ein, für ihren Mann Rico zu beten. Viele leiten die Information über seinen Gesundheitszustand weiter. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Wir wissen, dass es nach Brasilien mitging und nach Indien und Russland und Australien. Und das ist so unfassbar, weil ich habe solche Geschichten schon gehört und dachte immer, wie krass muss das sein, wenn das so die ganze Welt quasi irgendwie mit dafür betet, so nach dem Motto. Und haben irgendwie noch nie richtig verstanden, dass es da um uns geht und dass wir selber das so erlebt haben. Also, wir sind schon sehr dankbar, dass wir so viele mit dafür gebetet haben. Die Ärzte machen ihm wenig Hoffnung auf Heilung. Aber das Gebet scheint tatsächlich zu wirken. Nach zwei Monaten steht Rico zum ersten Mal wackelig wieder auf seinen Beinen. Er bricht sofort zusammen. Aber nach einem Dreivierteljahr intensiver Reha kann er neben den Beinen sogar beide Arme wieder benutzen. Ich habe gespürt, dass Menschen an mich denken, dass sie zu Gott beten. Und ich denke, ohne das Gebet wäre es auch nicht gegangen. Anderthalb Jahre später kann Rico Rau sogar wieder rennen. Und noch ein Wunder ist geschehen. Das Ehepaar hat ein zweites Kind bekommen. Nach Ricos schwerer Verletzung war das nicht zu erwarten. Die Familie fühlt sich von Gottreich beschenkt. Das war auch ein erstes Hochgefühl, Hanna. Wirklich wieder auf die Schaukel zu setzen und anzustupsen. Das war so dieses Halleluja, es funktioniert wieder. Woohoo! usch! Untertitelung des ZDF für funk, 2017